Stimmt, ja... Hey, sag nichts gegen meine Savary-Man, wo du gerade dabei bist. Ich bin jetzt von hinten in dieses... Ich bin jetzt von hinten in dieses... Ich bin jetzt von hinten in dieses neue Gebietreingang. Wie heißt das nochmal hier? Dreh... Wenn du dabei bist. Ich bin jetzt von hinten in dieses... Ich hab meinen einen im Steam noch an. Wie heißt das Gebiet hier nochmal? Diese... Ich bin jetzt echt in dieser Kaledon... Im Kaledonwald. Ich hab's wirklich getan. Ich stehe jetzt drinnen hinten. Am Ende vom Classics-Gipfel. Warum? Weiß ich nicht. Aber ich tue es jetzt. Wir haben's getan. Was? Wer wollte jetzt die Hoppe haben? Ich. Wo ist denn da das Jumpy-Puzzle? Direkt. Wir müssen wahrscheinlich oben links raus, ne? Oben rechts. Das ist ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Hm. Das ist irgendwas. Mit M. Dann Spirale. Hm. Das ist alles so gegen so'n Kreid-Boss. Der hielt mir mal ziemlich auf die Eier. Den haben wir auch getötet. Wer unbedingt will, schreib's bitte ich in den Gilden-Chat. Ich! Ich. Haha. Alex, du hast keinen Magier. Deine Mama hat keinen Magier. Ich bin Magier. Ich kann kaum stehen. Schreib' ich in den Gilden-Chat. Ja, hab' ich doch. Yoda. Da kennst du meine Stimme. Jetzt bin ich sehr traurig. Yoda. 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 Gegenstand verschicken. Yoda. Yoda. Wieso sehe ich eigentlich immer noch ihn von euch? So, da, da, weiter. Dich mal. Und jetzt, da. Ja, erfolgreich. Was macht ihr denn? Danke schön. Danke schön. Danke schön. Okay. Ich habe genug WVW für heute. Das sage ich definitiv nicht mehr rein. Eigentlich hast du WVVW. Ich halte Fleck mit am Arsch. Das ist doch so ein Fertigkeitspunkt. Ah, das ist ja schnell. Als Dealpoint jetzt aus, wo er sich im Down-State hinterlopft portieren kann. Echt? Oh. Das konnte man doch vorher. Ne, vorher war es zufällig, ich weiß. Das war aber im ersten Beta-Wochen, da bin ich da schon beim zweiten konntest du das einstellen. Bist du bei uns bei mir, oder? Ne, ich bin in einem, äh, sowas falsch, bin erst mal am Anfang gejoint. Jetzt müsste ein Platz frei sein. Waaah! Ich wollte mir sehen, wie lange ich hier raus bin. Ich bin jetzt hier mal unten den Fertigkeitspunkt. Tschüss, wie es... Warum ist die Partner? Ich bin trostlos hier allein zu spielen. Wollte ich irgendwann mal mit... Ich schläde also einfach mal mit durch die Gegend, falls es keine stürmt. Alex, kannst du den lang und gebrauchen? Äh, ne. Kein Stück. Pütch. Was ist denn mit so einem Billig-Zeugs abzuspeisen? Was war das denn? Geil! Das habe ich auch verkocht. Alter, war ich eben nicht verkocht. Ah, man wird dabei doch unterbrochen. Mist. Ich bin dafür machen jetzt das Fini-Event. Das was? Minispiel. Ich probiere jetzt erstmal... Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen durch das Savary-Gebiet. Und sollte ich doch dazu durchgerungen. Nicht viel, aber ein klein bisschen. Würde ich zu dir kommen, wie der Jump oder so? Ja, das... Also auf das Jumping-Post hätte ich Bock, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja. Ja. Der Markus bestimmt auch. Sicher. Komm mit. Oh, ich hätte auch absolut Bock. Nicht. Ach komm schon. Ich hatte gestern schon genug. Ich will ja... Ich will keine Story machen, ich will aber trotzdem das Gebiet so ein bisschen erleben. Das ist halt das Komplizierte, ja. Ich will kommen. Sehr gut auf Markus und Thomas es verlassen müssen, als wenn ich das Wort Jumping-Puzzle in den Mund nehme. Ich weiß nicht, ob ich einen Part in der Rede übernehmen kann. Ich mach den Jumping-Puzzle-Part. Juhu. Ach, ihr Nutten. Jetzt kommen sie alle. Da brechst du hin, wo es ist? Wo muss man denn da hin? Es ist ja mal rechts unten. Da ist jetzt erstmal mein Weg hin. Na, komm ich mit. Ach, Bescheid, wenn du darfst. Ich blute, glaub ich mir nicht mehr, bitte. Ich blute, glaub ich mir nicht mehr, bitte. Was? BVP. Na, hab ich mal geguckt, dass du nicht ganz blub bist. Ladet euch selber ein. Und wer will noch eingeladen werden? Ich blute. Setz mal. Ich war nicht tatsächlich. Tja. Markus, viel Spaß. Was? Bezwingt nicht hin in der Quallenschlacht. Jene, die dem Tod im fairen Kampf entgegentreten wollen, sollen vortreten. Ich werde... Hä? Thunfisch. Ey, da unten geht total... ... total irgendwie so'n... ... so'n Hülek... ... äh... ... Arena-Kampf. Irgendwie ein Gladiator gedöhnt oder so. Trink das hier. Was? ... in meiner Gruppe noch hat's Sputin? Ne, oder? Was? Geht irgendwann mit nem Einhandschicken. Was geht denn? Was geht denn hier? Wo ist denn das Campasto? Rechts im Suchangebiet. Bezwingt mich hin in der Quallenschlacht. Moritzirale. Ja, ich hätte Bock auf ne Quallenschlacht, Kollege. Warnitastisch. Wie geht denn das mit mich hin, der Quallematerialchen? Weiß das einer von euch? Was willst du, oder? Ich werde ja da hinten, wenn ich mit dem Ollen spreche, gleich das bestimmt aktivieren und sagen, Hey, komm mal, ich mag mal. Bock auf Schlägerei. Ich bin bereit für alles. Okay, ich wurde jetzt in ne Qualle verwandt. Alter, was geht denn hier? Okay, jetzt kann ich die hauen. Ich bin jetzt ne Qualle. Was ist von drin? Die Qualle der Hoffnung. Rechts oben oder rechts unten? Wow! Und denn? Es braucht noch einen Platz 2. Einer noch. Fürs Jumping Power. Für mich. Erstmal die Skills hier durchlesen. Heep, versetzt eurem Fight mit eurem Tentakel ein. Heep, geil, so ein Schwanzschlag. Das ist schon Paus, das ist für ein Feilwolke. Da steht Alex voll drauf, den Schwanzschlag. Ja, der sieht geil aus. Plotet mich ein, plotet mich ein. Kirscht, was ist das Skill 3? Püsst sich in die Nähe mit einer Vielzahl stechender Tentakel. Ah, peitscht! Oh my god. Da hat mich auch ein... Ah, fuck, irgendwie hab ich den Quallenkampf verloren. Fuck. Schade. Fahrbahnversuch wert fand ich. Dann sag den Quallenkampf, hab ich später noch Bock. Rechts und Korin. Und dann... Morgan Spirale. Ich bin... Ich find das Gebiet... Im Heim wird drauf. Drausten. Kalidorn gedöhnt. Bruns. 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 Die Waldfackel der... Steinen. Wobei... Sieht cool aus. Warte... Sputti, seit streamst du? Ich streame. Es sieht nicht... Es sieht nicht besonders schön aus, aber es war trotzdem gewünscht, dass ich streamen. Und wahrscheinlich hatte genau 0 Viewer. Warte, 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 ich hab 1 Ja, wer schaut zu Äh, Daniela, heißt sie Daniela? Warte mal, wie hieß sie? Äh, Elisa Ja, oder? Ist das Jumping-Puzzle dieser Clubbaum hier? Bestimmt, wo in der Spirale stehst Ja, dann musst du Dann ist es der Bauch Ach Gott, ich muss nur noch ewig weit nach Süden In der Spirale? Rauchen Warte bitte auf mich Ja, ja Ah, Tollix ist da Uh, uh Noch wichtiger ist Tox Tox ist cooler als Tollix Das ist traurig hier so ein bisschen Traulig hier so ein bisschen durch die Landschaft Gucken, was das denn da unten schön ist Da ist ein toller Hülle Dorfbewohner Sturmtrummertief Boah, ich schwör euch Wenn ich das erste Mal richtig Asu, äh, Savari spiel Geht mir so einer ab dabei Das wird ja grauenhaft Alleine hier durch zu kraulen gerade Ja, macht mich schon unglaublich geil auf diese Rasse Und auf dieses Gebiet hier Was ist denn da? Was heißt die denn? Was heißt die denn? Was heißt die denn? Na, die sind da links E und du bist da ganz oben bei der Lärmste im Süden Wettbewerb der Heileck muss einfach immer noch weiter auf, dann kommst du zu uns, Spottier äh, ich kann hier nicht weiter gerade auslaufen, die ist in der Wand ah, gut, dann lauft durch die Wand, wie du das vorhin schon immer gemacht hast die töten so lange die untruten Wellen wie macht das? ja, ich hab einfach mal drüber die Wand, anstatt unblau so, die zwei Herren sind schon, Spottier, wo bleibst du denn? ich find eine Sache cool, ich hab jetzt ne gute FPS, aber dadurch, dass ich stream, leg ich so rein vom Ping ein bisschen das ist ärgerlich mhm? ja, ich komm, äh, aus dem Kessix-Gipfel gelaufen, mein Freund weil ich nicht durch das Savary-Gebiet gehe, obwohl das jetzt Savary-Gebiet ist das ist richtig, aber ich geh nicht chronologisch zu Savary-Gebiet ja, für den Anfang nicht sehen ich weiß, dass es keinen Sinn macht noch weniger Sinn macht die Tatsache, dass ich eigentlich ne Safari-Dictury hier durchmachen wollte, wo ich alles zu den Herzen-Events erzähle obwohl ich die Herzen-Events noch nie gemacht habe, geh mal kurz eine Haare hm, Snowflake, irgendjemand hat die Spottier braucht ja noch, ne? ja, klein wenig, nicht mehr lang, aber äh, warte mal, Tolex, ach, ich würd mich ja nicht gern mit ihm hinsetzen, aber ich möchte auch spielen hat Dominik das nicht zugemacht? äh, die Straße vor euch ist gefährlich, seid vor sich die Straße vor euch, ich bin jetzt an der Morgan-Spirale genau richtig wuhu oh ja, das Strapie-Puzzle ist nicht zu übersehen cool äh, mach ich dann los heute im Verlauf des Abends alles eigentlich da ich bin da, ja, aber dieses Ding ist hier nicht da, ne? ja, irgendwer war doch gerade plötzlich Kiel ist jetzt wieder weg irgendwer, der nicht genau brauchen wollte oder so, wo? ich bin hier noch im Halt, weil ich hier rauskomme hm? glaub ich hab jemand von ArenaNet gefunden glaub ich den nicht Merrily, Merri, Meg und wie kommst du darauf? weil das ein ArenaNet daneben im Kopf ist ja ok, das ist ein... aaaaah, scheiße, das geht doch schon scheiße hinaus ja, der geht da für dich äh, wo? bei dem Kaledon-Wald wo? unten rechts in der Mordenspirale und kann nicht jemand einladen ich auf den gleichen Overflow-Server komme wie ihr? ja, äh ist da irgendwer kurz raus? ach, ich fall immer wieder runter kann das mal irgendwer machen aus der Gruppe hier rausgehen und, äh, irgendwer soll bitte aus der ja, ja, ist schon dabei, ich bin einig wie geht das, äh wer wurde jetzt rausgeworfen? halt du oh, nein ne, wen hast du rausgegeben? ne, Snow ist rausgegangen wer wollte jetzt einen, äh, Blubb, oder? ne, lass das noch, hier müssen doch ganz schön viele eingeladen werden na, ich, ich aber auch ich guckste auch ich guckste auch wieder da ach, da, ne, 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 da kommt jeder jetzt, Pottet, zu äh aaa, ey, wie kann ich denn da runterfallen? Da ist doch überhaupt nicht zum runterfallen nehm, du einfach raus, los na, ob die fliegen den Steine ruf, oder? sollt mich weiter machen, ich trab Ich sollte dabei eigentlich nicht streamen, weil das zieht ein bisschen in meiner Leitung. Aber was soll's. Für diesen einen Viewer, ja, wenn du das bist, Lisa, nur für dich, scheiße, mach ich das hier. Und versage deswegen grottig. Wie hoch ist denn das? Ist das hoch? Kleiner Tipp, Alex. Nach oben. Stell die Wackler ab. Und dann noch höher. Stell was ab? Du kannst die Operationen im Schirm abstellen. Sonst wirst du es nicht packen. Ich hab alles aus eh schon. Ich bin runtergefallen. Ja, mach ich schon dauern. Also. Neh wieder auf. So, wer wir heute jetzt noch weit haben? Ey, das gibt's nicht. Ich komm hier nicht raus. Snow, snow. Du warst schon hier. Wollt wissen, wer noch hier hängen muss. Der hat der Rune. Wer ist ich? Ich bin Mori. Das ist ein Doppel. Das ist jetzt bei Embajon-Dor. Risike Verdorben. Gibt's hier nicht irgendwo so'n Safe-Point, auf dem ich nicht mehr runterscheinen kann? Äh. Man kann ein Tor öffnen, aber das hält auch knapp. Kann einer nach Sucher-Portal? Ich wollte gerade sagen, so nach Sucher-Portal mal eben. Das bitte bis nach oben machen. Und dann geh ich da einfach durch. Ey, wo geht das denn hier weiter, oder? Wo bist du denn jetzt hin? Wie ist die Welt am Start? Ich bin immer rechts lang. Ja, bin ich auch. Ich bin immer an den Steinen lang. Gibt's da oben überhaupt was? Ey, ich glaub ich bin jetzt an dem Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt. Hier ist ein D-Point und mit Ruhe. Thomas? Ich muss rechts lang. Oder? Geht's hier doch weiter. Jetzt musst du links, 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 links oder so. Jetzt über die Ranke. Über die Ranke? Neben dir. Die direkt neben dir steht. Oh, ich bin... Hier? Links. Wo links? Was? Links von dir ist eine Ranke, die nach oben führt zu mir. Ach so nach oben. Aber da komm ich doch niemals drauf auf. Es ist verwundbar. Angriff. Vorsicht! Das Biest schützt sich. Und jetzt? In meinem Kreis. Ohaah. Das denke ich mir schon seit einer Minute. Das war knapp. Gleich kommt das Lieblingssprung. Wer ist Lieblingssprung? Snows. Von Markus. Ja, ich weiß, wer Snows ist. Der Markus Snows. Snow Markus. Aus. Oh, so. Mehr untote von der Schiene. Äh. Ja, war fantastisch. Du sprichst vor. Ich muss das Ding auf den Haaren sein. Das sieht nur so aus, man kommt trotzdem drauf. Ich bin drauf. Na los, Herr Sputti. Ich fühle mich riesig. Sputti muss auch noch ausgehen. Das war so klar. Ey, das sind wir euch doch verarscht. Ich spring ab, aber er bleibt schon direkt an der Decke hängen und fällt runter. Ja, weil du eigentlich nicht wohnst, aber das war so ein Zu-Schnäge laufen. Kann ich mir bitte einer aufkratzen, hier unten? Hier musst du von ganz rechts, von ganz rechts. Hallo? Sofort zum Hinporten. Ja, ich habe direkt daneben, kann ich so hinporten. Echt? Und hier auch's recht. Stopp den Rapport sogar. Mit etwas hier runter? Da kannst du den Skip-Walk, ich bin auch wieder runter. Ach, jetzt hab ich wieder von vorne anfangen. Ja, hol dir noch ein Skill. Ich hasse dieses, ich hasse teilweise. Das ist irgendwie volles Alter, der mir zwei blaue. Ein Kiesel. Kann nicht jemand kurz hin, damit ich auch in den Overflow-Konferen? Ach ja, wups, damit kann ich da wenigstens hüpfen noch. Es ist verwundbar! Haben wir was bekommen? Aus der Tour? Ich hab zwei Eifel bekommen. Müsstest du eine Blume bekommen haben, die dir einen Skillpunkt gibt? Danke. Da sah der Stein irgendwie länger aus, als er ist. Ich hab leider... Ich sollte mich konzentrieren. Wieder jeden Sprung einzeln machen, mich richtig hinstellen. Aber ich glaub, du kannst den Zweiten drauf machen. Ich bin noch genug. Das ist ja, Marsch der Welt. Das ist absolut richtig. Ich kann mich sogar markieren. Ich kann hier so einen tollen Blickpunkt hin machen. Wie machst du das jetzt? Das ist eigentlich alt. Wow. Das darf doch nicht sein. Halt die Klappe. Muss ich da jetzt direkt auf den Stein hoch? Ach nee, hier unten auf den Stein. Achso. Da. So. Dann auf diese Ranke entlang. Rechts um die Ecke schieben. Genau. Ich glaub schon mal... Ich glaub schon mal nicht schlecht aus, das Jumping-Puzzle. Wie war das jetzt hier? Hast du da links rüber? So. Dann noch da oben. Och. Dann die Ranke hoch. Seht, da steht ein Baum im Weg. Da steht ein... Na, was ist denn das? Da ist gerade Ast. Da ist gerade Ast. Ich laufe anstatt zu spielen, weil ich dachte, ach Mensch, der ist ganz flach. Und wir werden plötzlich in der Luft hängen und werden seitlich runtergeschubst. Was ist das denn? Ich muss auch lächeln. Das Problem ist, das Ganze wird nicht nur gestrebt, sondern auch noch auf dem Video festgehalten, dass ich dann gleich sehr schnell wieder löschen werde. Muss jemand von vorne an? Ich hab gerade eben angefangen wieder. Wer sollst du denn anfangen? In der Mitte. Ach, ich bin wieder ganz unten. Chris. Du bist wahrscheinlich noch vor mir oben. Genau. Dann hoch und dann hoch und dann genau in der Mitte. Ich spüre alle. Für das letzte Ding haben wir drei Stürzen gebraucht, Thomas, oder? Für was? Ach, ja. Aber es war ja auch noch ein Neustart und so. Ah, ja. Ey, Clubster. Ich sehe dich. Das heißt genau, wo ich hin muss, nur schaffe ich es nicht. Den letzten Sprung werde ich dir eh noch nicht schaffen, auch wenn er nicht zu ist. Ey, ich stehe da drauf, rutsche langsam nach links und fahre runter. Das ist so dumm. Oh, du Gammeltippe weg. Also, den DVD holt gerade ganz schön gut auf. Könnten wir noch schaffen. Ich will aber heute eigentlich nicht mehr ins DVD. Ah, dann Blubster kommt. Aber wir können unsere Gewinn-Drehung aufrechterhalten. Wir haben einmal mit Dacia schon verloren. Gab es eigentlich eine Ankündigung, auch wenn ihr noch jetzt mit Tabicum gewonnen habt? Ach. Der Server muss durch. Ich gewinne. Dieser Server darf nicht verlieren. Boah, die Scheiße, der Gartrolle. Hat das irgendwer außer mir noch nicht geschafft? Was? Ja, alle. Außer der eine, der hier oben war. Wer auch immer hier oben war. Ich glaube, es war nicht. Ich war auch oben. Ich komme jetzt bei Zylvari. Ich will wissen, was das für ein Rätsel ist, wo ich euch gerade die Zähne ausbeißen. Das ist eigentlich voll einfach. Aber ich verkaß. Ihr seid so doof, das stimmt. Aber halt auch nur eigentlich. Nur weil die euch schon alle Tipps geben. Naja, der Weg ist halt sehr intuitiv, weil viel alter Tief gibt es nicht. Ich bin jetzt im Traum. In welchem Bau bist du? Ist das gleich in der Anfangsstadt? Im Anfangsgebiet und dann rechts. Karl in den Wald. Nach rechts. Also, ich baue jetzt nichts. Ich kann ja irgendwo für 5.5 SP bekommen. Bezwingt mich in der Qualenschlacht. Habe ich doch. Ach, das lag in der. Da muss ich auch noch hin. Ich weiß nicht, dass ich das noch nicht. Das sah lustig aus. Oben im Wasser, oder? Nein. Ah, nein, nein, nein. Nein. Ich will mir mal helfen. Ich krieg gleich jemand meine Account an. Er kann das für mich machen. Nein. Ja, Lukas, du nicht. Das keiner bemerkt in deinem Stream. Ja, richtig. Derjenige muss da nur noch auch streamen, bitte. Messmer Portal. Ich mach einfach über TeamView bei dir. Genau. Ist nicht einer von euch so fertig Messmer? Ja. Aber ich schoss gerade auch nicht. Kann mir mal einer ein Portal nach ganz oben und dann runterspringen, nach ganz unten setzen und ich geh einfach durch? Ihr könnt es ja auch einfach nach so ordnen, aber das wäre langweilig. Du bist mit 100 Punkten im Begeben verlierst, weil deine Mates einfach nichts reißen. Ja. Ich hasse. Wer ist denn hier am höchsten? Nela. Da oben läuft noch wer. Ah Gott. Äh, Kandori. Weil ist das doch von dem Punkt, wo ich damals mit dir runtergefallen bin, Thomas. Das ist mit dir runtergefallen? Ja, dann Markus Lieblich-Sprung. Oder wie hast du das betätigt? Warum tut ihr immer alles so schreckt? Du warst doch gar nicht, weil Markus Lieblich-Sprung. Ich war direkt hinter dir in dem Zeitpunkt. Aber du warst doch nicht, weil Markus Lieblich-Sprung. Achso. Na gut. Nein. Nein, da schiebt mich was runter. Was ist denn das? Der Tod berührt sich heran. 26 HP, ey. Lieb mich. Magnitas, warst du jetzt schon mal ganz oben? Oben. Das war schon oben. Kandori ist fast hier. Warum gehst du denn dann nochmal hoch? Nela und Zetzner sind auch schon hier. Das würde ich empfehlen. Das heißt, oh mein, ey, das ist doch nicht wahr, ey. Ich hab manchmal das Gefühl, ich falle an Stellen runter, weil es überhaupt keinen Sinn gibt. Weil da einfach nichts ist, was einen auffällt. Und trotzdem bleib ich in der Luft hängen. Sind alle, weil die Kale sind. Ich bin mir gegen ihre Bäume, ey, die mich hassen. Ich dachte, ihr seid meine Freunde, ihr Bäume. Es ist gerade interessant, so schauen die alle den Sprung fällen. Mann, kack. Und wie soll man den machen? Wenn die dreimal runtergefallen würden, können wir es denen ja verraten. Drei. Welchen? Den, wo ich auch bin, damals? Äh, kann sein. Wo man so ganz komisch sich hinstellen muss, um da rüber zu kommen. Hier ist ein Messmerportal, das verwirrt uns. So, der drittletzte Sprung vor dem Skidpoint. Das ist also einer der... Ey, was ist denn? Jetzt spät der nicht ab. Ach, fuck. Keine Hälfte mehr. Ich glaube, ich komme gleich vorbei und mache ihn mal ganz kurz gechillt. Komm, guck mal. Ja, genau. Einfach, weil ich es kannst. Und noch einer. Ey, wo ihr kommt? Selbst in diesem ersten Sprung, glaube ich, hängen. Am allerersten. Was ist denn das? Das ist schwarz. Das ist dünne. Ja, ich kann auch nichts dagegen tun. Wenn ihr... Guck mal, du kannst ja in meinen Stream reingucken, wenn du nichts zu tun hast und mich beobachten. Natürlich. Das muss viel... Das muss richtig spannend sein. Das ist doch voller Absicht. Voller Absicht nach vorne trottschen. Dann siehst du auch mal, mit was für einer Ding ich hier spiele gerade. Hotel... Ach, wo ist sie eben an? Kannst du gleich den armen Puppen wieder? Weiterziehen, warte, wie viele hast du? Was? Was sind die Zuschauer da? Hm? Hallo da hoch, danke. Unsere Feinde sind da! 105 Zuschauer momentan. Ne, das war die Gesamtzuschauerzahl. Die momentane liegt bei... Ups, das ist ja nicht geklebt. Fünfen. Na, davon bist du. So war's schon mal neu. Hier, weil... Wo bist du? Da hinten, äh... Du musst auf den Stein links springen, glaube ich, wenn das da die Strecke ist. Auf den Stein? Nie, blöden. Doch, das sieht nur so aus. Sprengen kann. Oh, ich spreche mal beim Event hier. Und Setzner ist wieder da. Schau mal zu. Ja, wo musst du noch? Auf welche Kampel muss ich springen? Du musst schon auf den Stein. Kann man diese Wackler weg, oder? Piu! Piu! Das Aufhölte ist unten! Wuuu! Das ist so nicht wahr. Oh Mann! So, jetzt ist das zweite Mal, dritten Mal, dass wir uns den verraten. Nee. Clubstar, wundern. Wenn mich jemand retzten? Dritte. Nee, der dreht ja neben, der Restrollen. Ich hab' mich nicht geholt, glaube ich. Ne, ja, oder? Das hat dann von unten, nicht von oben. Dann lege ich dich aus. Chris. So. So, ich bin jetzt, ich bin jetzt, Thomas, ab wo geht der wirkliche Spaß? Ähm, ich freut mich schon wieder hier. Ab der Stelle, wo kann ich steh. Das ist dieser Sprung, der für mich nicht so auslässt, als wäre er machbar. Genau. Ist er aber. Ja, komm nur hierher. So, ich bin dann, du mal den. Ich traf so, wenn so eine Pflanze kommen, die er eh nicht als Sachen benutzt. Fixen, boll. Was da so eine Pflanze gekriegt, dann kriegst du den Skillpoint, wenn die benutzt. So, jetzt wird die Sprung. Dieser Sprung hier. Thomas, verrat mir sofort, wie der geht, weil ich schaffe ihn nie wieder hoch. Ich schaffe ihn nie wieder hoch. Du musst von ganz, sag ihn nicht. Von was? Von ganz recht. Ja, oh really, das ist. Ja. Dann kannst du es nicht verfehlen. Ich bin jetzt gerade auf den Traum gekommen und jetzt am Anfang sind die Lust, jetzt dieser blöde Baum. Im Dorf, wo Reha bin ich. Hallo? Hört mich jemand? Na, warte, ich brauche. Ich bin jetzt einfach immer nach rechts. Ich bin jetzt einfach immer nach rechts. Weil, bei Thomas ist das Ziel, ja? Das erste Ziel, ja. Das ist der erste Abschnitt. Das ist der erste Abschnitt. Und da drin ist jetzt was in der Truhe? Ja, warte, wir warten noch auf den Rest. Du hast so eine Blume bekommen und wenn du die aktivierst, dann bekommst du ein Zielpoint. Warten noch auf Blubstar und Vanitas. Sehr cool. Und wo geht das jetzt weiter, dann? So, jetzt setzen wir mal ruhig. Vanitas kommt, du pupsst, da ist auch gut. Ja, ich bin schon noch mal. Ich bin schon mal Markus, ja? Aber geh nicht vor, Marco. Das ist die Rutschmutter. Nein, da ist eine Lücke zwischen. Nein, der hat drunter gefallen. Kann man in den Sprüngen fehlen? Irgendwas, ja, ich habe gedacht, da wäre keine Lücke und bin gelaufen. Kannst du mir jemanden sagen, wo konkret dieser Baum fliegt? In deiner Mama, ich kann gerade nicht, warte. Wer bist du? Runden rechts. Fangen wir mal so. Runden rechts. Wer bist du und was solltest du interessieren? Kann den mal einer in die Gruppe einladen, dann sieht er, wo wir sind. Wenn ich denn wüsste, wer ist mir hier? Was macht ihr denn? Das Wabi-Puzzle im Savory-Gebiet. Was ist denn am Ende des Wins weitergeht? Wer möchte denn hier rein? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das da? Moment, wie heißt du denn? In dem Savory-Gebiet unten rechts. Ähm, Morgan-Spirale. Jeder, keiner eingeladen will. Ja, okay. So. Und Pupster ist da, Springfangs recht. Warum ist der Charaktion nicht in der Gilde? Das verstehe ich. Du musst das annehmen. Gut, ich habe den Fertigkeitspunkt, das muss reichen. Ich bin hier fertig für heute. Ne, du machst jetzt mal ja ein bisschen von einem. Mein anderer Charakter ist ja in der Gilde. Warum ist das? Gehen wir jetzt auf Gilde? Oh, Pupster ist da. Ich muss mit jedem Schubel bestätigen, dass du in dieser Gilde sein möchtest. Die Gilde-Einlagen brauchen wir, weil... nicht charakterweise... Hast du es jetzt eigentlich beobachtet? Yeah, yeah, yeah. So, Pupster ist oben, Pupster ist oben. Nein, nein, wie kommst du denn? Pupster ist oben, Pupster ist oben. Pupster ist oben, Pupster ist oben, Pupster ist oben, Pupster ist oben. Auch nochmal... Oh, ja, war ab, Lukas. Ich hab den Namen. Ja, ich muss mit Sarah spielen. Ah. Begrüßt sie von mir. Okay, dann spiel ich ein Spiel. Mach nichts dummes. Oh, Spuddi wieder hier. Oh, das war... Spuddi wieder hier. Spuddi ist in der Haus und Spuddi will... versagen. Ja, und das mit Freude. Ich liebe das Sivari-Gebiet, aber mich kotzt ein Dachpin, weil sie sich jetzt schon wieder an... Lass doch gleich das Darkroom-Ding machen. Aber nur, wenn ihr mich da durchcarriert, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, wieso? Komm mal nicht so stur da. Ich bewege mich nicht, im Fall Rüster. Was ist die Pilze entlang? Das ist so witzlos. Was entlang? Die Pilze. So, jetzt erstmal Tür aufmachen. Welche Pilze? Ja, nun, vor allem die ich schon den ersten Teil gemacht habe. Ja, äh... Lädt mich mal irgendjemand in die Gruppe ein. Wer bist du denn? Da. Äh, da. Ladet mich mal auch wieder in die Gruppe. Machen wir nicht. Äh, äh... Spuddi braucht da jetzt keine PvP nach hinten? Ja, PvP machen wir auf jeden Fall. So, ich hab jetzt gezoomt. Ich würde sagen, nach dem Puzzle erstmal Mini-Spiel. Hier nach kommt das Mini-Spiel und direkt danach, äh, dann, äh, ein bisschen PvP. Und heute Abend, wenn dann irgendwann das JRP-Puzzle. So um 10. All das hoffentlich auch gestreamt. Ja, dann kann Lisa und wer auch immer da noch zuguckt, äh, sich freuen. Genau, aber... Ach so. Juhu! Nächste drei Videos. Die Tür zu. So, ja. Das ist auch, wie sie euch jetzt nicht öfter gehört. Das Schöne ist, da spreche ich natürlich auch alles als Video. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal nichts zu tun habt... Auf mich rechts klicken und beiträgt. Auf meinen Twitch-Kanal in die 6 Stunden Videomaterial mit mir. Ja, du musst nochmal auf mich rechts klicken, beiträgt, wenn du in unseren Overflow kommst. Ah, aus. Wie müsstest du uns jetzt auch sehen? Ja, da hätten wir noch Ruhe. Ich bin sogar gut mit dem Loot. War eigentlich schon mal jemals denn an Overflow heute? Ja, manchmal, ein, zweimal konnte ich in das normale Gebiet reisen. Nur was dann angefragt, ob du willst oder nicht. Macht ja keinen Unterschied daher. Richtig. Irgendwo geht's weiter? Ich schlieb mal wieder ein paar Gebietze. Wer will wissen, wo es weitergeht? Äh, Vanitas. Bist du, wo bist du denn? Beim Skatepoint, oder was? Hinter uns? Nee, ich bin hier mit euch. So, ja. Hast du ja hier erstmal, hier, erst töten. Ah, geil. War zu spass. Ich bin jetzt wieder bei Skatepoint, kann mich einer abholen? Einfach rechts lang. Rechts vom Skatepoint. Und dann? Pass auf, du musst auf deine springen, ja? Dann auf die Steine springen. Ja, ich weiß. Und dann die zwei Wachen töten, die da stehen. Die zwei Wachen, oh Gott, können wir mal helfen hier, ey? Wir können dich wieder hochgelassen. Mach mir mal eben die Tür auf, kann er da hin. Ich mach die Tür auf, nochmal, um ihn abzuholen. Oh nee, ich hab's auch geschafft. So, bist du im Skatepoint oder bist du da ganz da oben? So, ich geh hinter dir. Ah, okay. Sag mal, heißt es Fort, ernsthaft, wo, auf Deutsch? Nee, Fort, doch, äh, hier. Oh, ich lege gerade. Ja. Ja, klar. Oh, bitte kein Server, das Connect, bitte nicht, ich war so weit. Der nächste Server. Ich geh gerade nichts. Nee, gar gar nichts. Ja, ich bin raus. Also, der Blockseil ist mit mir drin, ich bin auch noch drin. Nein. Ja, das einzige Problem ist, ich sterben werde, weil ich auch noch so hobsam Arsch habe. Ach stimmt, das ist ja nicht WPW, das ist ja normal. Ach ja, ach ja, ja. Haben wir zum Sonsten Panik. Das war... Boah, die WPW, glaube ich. Der WPW ist weg in the game. Ich will auch wieder in the game, komm. Ich habe es mit zweimal Downstamp geschafft. Seid ihr auch auf dem Overflow-Server oder bin ich da gerade als einer? Wir sind auf dem Overflow. Äh, geht los. Es gibt mehrere Overflow-Server. Ja, du musst einmal aus dem Gebiet raus und wieder rein. So, dann muss ich den ganzen Scheiß wieder rein. Und dann wird das wieder in der Gruppe. Wenn du in der Gruppe bist, musst du mal raus und wieder rein. Oder einfach Rechtsklick-Beitrieb. Das stimmt. Ja. Sputti, geh schon. Juhu. Noch mal eine Runde Kaledonwald. Ach, Gott. Scheiß, Javi. Ist das bei euch auch so, dass man es vorgibt, was irgendwie den ganzen PC blockiert? Nö. Er könnte mir jetzt helfen, aber mir die Wachen hier abnehmen, die... Ja, ich spring noch mal rein. Bin ich bei euch? Ich bin nicht bei euch, ne? Noch mal eben ein. Ich bin nicht bei euch. Joda, kannst du zurückkommen? Bin auch nicht bei euch. Wohin? Es geht zu Ende mit mir. Da bin ich nicht gewohnt. Meister, Joda, wie musst du das machen? Rechtsklick und dann? Beitreten. Genau. Nein, ich bin gestorben. Ich bin auf dem Weg. Es passiert nichts, wenn ich bei dir Rechtsklick-Beitreten mache. Dann musst du vielleicht auch... Na, weiß ich nicht. Ah, jetzt geht's. Es geht, wenn ich das bei Snowfeld mache und ich will es nicht bei dir machen, Arschloch. So, hier. Verrückt, verrückt. Vielleicht aber Snowfeld auch noch mal ein Arschloch. Ja. Du bist bei mir spottiert. Ne, ich bin bei... Ne, wenn hab ich draußen geklebt? Jetzt bin ich bei Vanitas. Wo bist du auf den Überlauberer? Die sind wahrscheinlich jetzt alle in verschiedenen... Weil ihr ja... Ich hab's gut gemacht. Wo ist das Tor? Wo bist du Vanitas? Ich bin gerade dabei, schön her zu sterben, weil hier überall Fischer sind. Und die bis vorhin einfach mal... die Eintracht fliegen. Ja. Ich komm nicht auf euren Overflow. Das geht nicht. Der Tod bürst sich heran. Wir können ja auch alle ins Los. Ja, komm mal nicht zu mir und Vanitas. Ja, ich kann's nur noch mal anfangen, aber ich... Ach so, auf welchem bist du denn jetzt? Jetzt bin ich bei... Bei mir. Ah, ich komm jetzt auch bei euch rein. Alles klar. Okay. Kein Ding. Aber ich darf erst mal was anderes. So, könnt ihr mich jetzt hier abholen? Komm, mir stehen so viele Wachen. Ich bin aufste... Ey, das ist jetzt das vierte Mal, dass ich dieselben Wachen attacke, weil ich jedes Mal den Server wechsle und die dann vor mir stehen. Die können nicht unbedingt akkieren, die können nicht runterschießen. Ja, ich weiß. Kannst du nicht... Ja? Ist da einer von euch da, wo rausgeflogen sind? Ja, ich bin da rausgekommen. So, wie geht's hier weiter, Kandori? Keine Ahnung. Okay. Ich bin gleich wieder oben. Alter. Könnt ihr mir beitreten und mich retten? Der ist ein direktes Restpoint neben. Kannst du nicht tot auch wegziehen? Ich bin schon oben. Na, jetzt bist du bei uns. Nee, 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 nee. Nein. Ähm. Thomas. Thomas. Ich bin noch die... Kannst du nicht sitzen? Wo ist denn... Ach, diese Schöne. Ach, da vorne. Da war einfach gerade aus. Nein. Die Höhle rein. Welche Höhle? Ich hab Angst. Kann ich hier irgendwo runterfallen? Herr Mayer, liegt hinter den zwei Wochen. Kann ich hier runterfallen? Nein. Nein, kannst du noch nicht. Ich bin gleich da und Vanityt auch hinter mir. Ja, ich... Vanitytös. Ich liebe dich, Stefan. Richtig auch, Alex. Ha, das ist so schön, dass du es da im Mund zu hören. Ich liebe den Markus. Ja, dass ihr beide da eine Bromancer habt, haben wir alle schon mitbekommen. Wir machen jetzt Pärchenbildung hier bei Wendlin. Die neue Wendlin. Wendlin, Börs. Du lachst, aber Lou hatte sowas mal geplant, nachdem sie so oft angebaggert wurden. Warum nicht, ne? Ich bin oben. Brauch noch irgendwer Hilfe. Ich folge jetzt einfach mal Darkfighter. Ich hab keine Ahnung. Nee, was? Kann doch hier auch nicht. Aber es kann doch hier leider nicht. Nein, haben wir da durch? Ich glaube, es gibt gerade hier nur einen. Ich bin schon da. Ja, ich bin gerade herruhig da gefallen. Doch, ich bin da, hier in Ramonheim. Warte mal, ich muss mal kurz mal die Ligelle einladen. Äh, Jikslenok ist da. Äh, wo geht's jetzt hier weiter? Runter, einfach runter. Ich hab's mal hingeguckt. Ich bin schon von dir vorbeigelaufen. Sputti hat abgekühlt. Äh, echt? Ach, wie geht's weiter? Ja. Echt? Nein. Ja, ha, 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 Blubster. Sputti, töten wir den mal sein. Landtraums. Sputti, du warst aber auch hier, oder? Ich bin schnell wie der Wind. Und wie geht's jetzt hier weiter? Jetzt töten wir den mal das wieder. Ach, wir müssen hier runter? Jaja. Das heißt, Blubster ist absolut richtig? Huh. Richtig. Ach, das ist ja geil. Also, das ist doch ein Safety Point. Hier. Hier. Aber absprungen hier, stirbst du ein Segenintegrationspl denke. Hier hab ich auch nichtvert��세요. Wenn ich Freunde machen, muss ich ganz nochmal mal von vorne machen, ne. Ja. Okay, wo geht's denn lange? Wir sollten dir auch die Tür, unten und das hat es die Leute. es wird immer wieder auf zum weg was was für die türe die tür die hier ist und ja aber ich bin ja nicht bei uns wo geht die auf indem man einfach auf die tippt und dann wo könnte die kürzt man damit ab direkt über dem ripoff und kommen da jetzt immer wieder ne man muss ja wieder öffnen die hält nicht so lange wie wo und wie kommt man jetzt genau hier an diesem punkt ist von wo eben auf die straße nach der straße nach oben das wird so lässt mich das ja alles springen um wieder zu sagen da muss das erste gesprungen haben der der gerade gefragt hat der war ja schon mal hier fuck you und wie merkt das teil wenn man Hunger also ich bin jetzt nein das ist thomas perverse regel er steht hier macht nur den leuten die türen auf die das weg schon mindestens einmal geschafft haben nicht richtig es ist ja auch ein jumping puzzle und kein einfach abkürzungspuzzle der alex hatte abgekürzt ein kleines stück bin ich runtergefallen klappe vorher nicht geplant wo geht es jetzt hier weiter da wo blubstach ich glaube ich habe noch mal hinten zur kiste wo es blubst du ach da oben okay für diejenigen die die kiste nicht geöffnet haben gerade nein ich bedau'n äh ich hasse das wenn ich aussehen zweimal auf eine auf eine taste drücke einfach mal schmerzt du sich mit einer Rolle runter ist irgendjemand gerade unten und kann mich auflesen da ist doch die rechten mädchen und holen äh kann mich einer von euch einladen damit wir auch aufkriegen so was mach mal äh äh okay ich werde ah ich werde ich gerade getötet von den Viechern fuck die Viecher greifen ich mich an aber die Mörser her aber der Weg ist eigentlich nicht schwer zu spielen die Kunst des Gründen zu verschen das ist es wo ein Wille ist wo ein Weg Joa ein paar bisschen Geduld so wer wollte jetzt hier zu mir Entler ich schaff die Sprünge einfach nicht ich bin zu langsam weil ich infight bin Yoda äh oh Disconnect äh wo muss man jetzt hin hin wo bist du denn wo sind da die Jungs ich mach' ich eben mal von euch weil ich muss das mal kurz sagen naja ähm also wenn irgendwer flüstert so war ich das? nein mindestens eine hahaha ja ich voll süß also wir sehen uns dann spätestens so um 3 Uhr morgens alles klar kann man nicht weit drehen ja muss ein paar mal versuchen ähm hm hm wo ist der Markus eigentlich frischend? ja ladet mich auch noch mal ein genauer auf dem anderen Server ähm könnt ihr mir jetzt bitte helfen bis nach ganz oben zu kommen das wäre voll schnucklich so euch Ringen und Laufen wie so haben wir zu haben ich denn schon eine Community Geld? hm wozu leide ich euch liebe Community hey hey wo würdest du hin Thomas? und statt zu voll noch neben mir ich bin jetzt ganz oben ach wie wir nicht aufm Overflow auf eurem ja dann vollkunst doch noch völlig geht grad wieder nicht äh den Markus einladen wenn ich ihn finde denn ja unser Gilder ist einfach von zu voll ja ich merk's es kommt davon wegen erstes eh ich lade übrigens es sind da irgendwie 4 Randoms drin der Rest wo ist alles wie in die EU Leute ähm es wird ganz klar in die Gruppe ich will es nicht gleich morgen wer sagt übrigens dass diese Hunde eigentlich angreifen die kamen sofort an dieser Albtraumviecher um mich zu töten als wurde gefallen denn dadurch bin ich jetzt nicht wer möchte noch in der Gruppe ich möchte nein ich kann nicht helfen dann schau was den nicht helfen Markus ich kann nicht tanzen zu arbeiten ja lauf nicht so schnell ja wie wer bist du denn dann laufen schneller ich seh grad nichts ich hab Busch im Gesicht einfach einfach ranzoomen wer in meiner Gruppe ist nicht im Overflow einfach rechtsklick und beitreten wer nicht in der Gruppe ist und nicht im Overflow der schreibt es aber im Gegenteil so war's wo ist das mit dem Overflow ich hab ne Frage was denn ist es ernst gemeint mit dem Sprichern ähhhh das ist der schwerste Mission wenn ihr schon da oben seid kann man nicht einfach Link auf Glam und dann darüber spielen warte mal ich komm mal hoch weiß ich wo ihr seid oder ich muss man jedes Mal das verlassen und neu laden wenn ihr immer wieder rausgeschrieben werden dann die Welt ansonsten muss man auch nicht klicken in meiner Gruppe und weit ist das von hier aus noch Markus äh gut schon was ist denn ein Stückchen so in Relation zu dem was ich bisher geschafft habe inklusive am Anfang noch ein Stückchen mal genauso was was ich nicht was ich nicht was ich nicht hier auf dem Baum stand kann mich einer von euch mir sollen mir die Tür auch machen ne so das hier ist der schwerste Sprung auch noch nicht geschafft warum ist das Teutel zu weil es irgendwas zugeht ich hab so vorhin schnaucht ja und es geht irgendwann wieder zu richtig haa ok so jetzt wie kommt man da hin einfach aufspringen kannst auch auf dem wo auf dem ich stehe aufspringen boah ich sehe hier nichts das der Springer auch und jetzt kommt es nicht schwierig aha really da rein ich hab mal da den Kopf geht und dann auch mal ein Aufsicht ich stelle da rein so das denn äh ich bin mal schnell hoch und rassiert warum schlafe ich so nicht jetzt auch den Pilz ja auch das geht ja gar nicht ich muss schon vor uns auf den Pilz zu kommen haa pf ich bin richtig und aber trotzdem wie lange wo bis dahin ich bin so nah ran gesungen bis dahin Markus hier hinter dir das ist jetzt das schwester Spiel kann ich dir nicht verraten wie er geht den hab du nicht geschafft aha genau ne das hat nur Markus jetzt zweimal geschafft wo schießt denn hier schon wieder ein paar wo kommt denn der scheiß gerade so gut schießt wir doch nur mal äh wie geht wo oben da hin hast du fern kamen? dann gleich mal das Ding her du bist gerade runter gesprungen nein nein aha ja Markus komm ich da wieder rein wo ich die glauben bin äh gar nicht und jetzt Markus ist die Tür holst du die Tür ja aber die Tür ist zu stimmt weil keiner von uns liegt ist Markus gerade runter gefallen ja 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 das ist mir schwer zu springen ich bin mächtig nein ja ja da kommst du noch weg wie soll ich das überleben die ich raste gleich ja ich raste euch alle blupser raste ich gleich auch wieso hab ich das überlebt und ihr nicht kacken haben dann könnt ihr ja gleich die Tür auch für die die äh kacken hups ja auch wieder juck hat Spaß ich hab grad Spaß dass ich es überlebt aber den nicht ich warte hier oben auf aber ich finde ich schaff den Weg da hoch nie wieder Markus oder doch warte ich spring mal wir können ja eh jetzt essen ich springe an ja hallo hallo hui wer ist da jetzt wieder noch und wer ist gekommen hallo der Royal Tour der äh den Jigs Lennox Ah Jigs Lennox die Schnalle na das glaube ich wie komme ich denn überhaupt zu der Tür das ist eine Frage die ich dir nicht Links zur Strafe und dann die Strafe Was geht hier nicht? Was geht hier nicht? Waypoint links zur Strafe Waypoint Ich geh so enthusiastisch los schaff die ersten Sprünge easy denk mir so yeah du schaffst es du schaffst es und fahr da mal dem leichtesten runter ha 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 ich find so schlechte Javi Passe das ist echt apartig ich freu mich schon nachher auf den Dark Room ich würd so sagen so Szene rum schaffe das in den Dark Room würd ich sagen ok und wenn ich links laufe wo dann hin? bist du zur Straße genau? ähm vom Waypoint vom Waypoint direkt zur Straße direkt daneben und dann gehst du ein Stück nach Norden und dann kannst du da irgendwo runterspringen und dann siehst du da so eine Tür Albtraumtür oder so heißt das Ich dachte das wären das sind ja die anderen alle hin sind ja die alle schon wieder hoch gesprungen die sind ja schon wieder am Verrückten die haben nur um den die Tür aufzug haha wir waren doch gerade noch ganze Räume so ich bin jetzt in der anderen Position wo ich jetzt nicht weiß wie es weit fällt wo bist du denn? ich bin so kurz vor dem Punkt der über dem Waypoint ist der Tod pirscht sich heran äh also ein Fremskidpoint oder? achso denke ich nicht äh ich komme einfach ich bin so weit also noch irgendwo bist wo die Tür ist wo ich bin Rina ist jetzt hier weiter wo ich bin zack Blubster wie bist du da oben? Problem ist ich nicht zu dem das ist jetzt als irgendetwas überhessen wie ich mache Karten von ähm wo geht es jetzt hier lang? Blubster ach ich glaube ich hab ich nicht selber überlegt da aaaaaaaaaaaa Danke grüß υบ hab ich mal eben resen ist es so gut ja setzen aber du wisst ihr gerade auf mir vorbei auf Nela auch, sehr schön acion uuuuuuuuh раз ich mache einfach mal nicht ne ich mache nicht das für den Darkroom das machen wir später nicht auch so ne alle die jetzt irgendeine Gruppe wollen sie ich schreibe mir einfach ich mach jetzt ne neue auf mountain dir haben einen Bergworkout oni ich hatte das ich hatte das Ich war schon wieder fast so weit wie beim letzten Mal. Gute, bleib mal stehen. Geh mal durch. Boah, boah, Chris, Chris. Ja, ich hab dich schon eingeladen. Du bist der Allerschärfste. Aber es sind Insta-Gurl auf. Also ich bin jetzt hier. Ich seh die. Ja, ich bin durch da. Und sie ging's dann weiter, okay. Das ist irgendwie ein Krass. Krieg nicht gebacken, um zu der doofen Tür zu kommen. So. Dieser Sprung hier? Der Sprung. Dieser Sprung hier? Macht uns fertig. Wir sind ja schon beim letzten. Echt? Ist das hier dann gleich schon Ende, oder was? Nee, also... Der letzte Schwere. Jetzt ist er bei ein Spielbuch. Oh, bei mir längst gerade wieder. Das bringt ja nix, um nach oben zu springen. Das ist einfach nur zu hoch. Äh, das bleibt doch bei mir alles. Das ist einfach nur hoch springen. Muss halt einfach nur in die sein. Ist das easy. Nein, Entschuldigung. Ach. Au! Ich bin auch so ein Zwischling gelanget. Jetzt bin ich ganz unten. Ich bin wieder tot. Ähm, läuft hier unten grad noch irgendwer auf diesem großen Plateau? Ja. Ja, Nela. Ach, ich bin mal wieder tot. Ja, okay, du brauchst... Nee, da gar nicht. Äh, Dingens kommt runter. Chris, die Tür ist hoch. Tür ist hoch, glaube ich noch. Ja, ihr könnt auch noch... Ja, die Tür ist hoch. Wenn du es überlebst. Wenn du es überlebst. Bitte. Überlebe es. Ja. Chris, mich. Ich ging mal runtergefallen, als ich versucht habe eine Abkürzung zu nehmen. Lebe, Chris, wenn du das schaffst, ne? Dann könnte sich Nela auch direkt nach oben durchcheaten. Lebst du? Okay. Stell das Portal! Stell das Portal! Chris, bitte! Wenn ja, nutzt es alle! Ja, cheaten! Cheaten! Das ist ein Messler. Dieser Sprung! Versuch den Messen hier runterzukriegen. Weil die auch einen Überlauf haben. Ja. Ja. Äh, ja. Schreib einfach in der Gegend. Kandori, wenn du jetzt noch einen Schritt machst, liegst du gerade gleich wieder da, wo ich lag. Und bist tot. Ach, so gewissen. Ups, da ist auch... Na scheiße. Dieser hat es mich erwischt. Ey, dieser Sprung geht nicht, Markus. Ja, doch. Der hat ja auch Christian noch nicht geschafft. Du mal kurz auskommst. Wie hast du das denn gemacht, Markus? So, wie kriegst du das? Hier musst du von ganz rechts springen. Ja, gar nicht am Ende des Films abspringen, sondern schon in der Mitte. So hab ich's geschafft. Sput die auf den Paisons. Uuuuuh, wo bin ich? Oh, ich bin auch richtig! Oh, fuck! Hier kannst du dir mal einen Spielpoint holen. Oh, ne. Hier kann ich was tun. Das Spielpoint. Hast du geschafft, Nela? Du benutzt musst du so eine Pflanze oder so. Nee, die hab ich unten. Du kannst mich schätzen mit der... Da muss ich ja selber Suizid begehen, ne. Uuuuuh! Oh, fuck! Oh, nein! Ich hab's geschafft! Was? Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht! Nein! Ich hab's nicht gesehen! Und der läuft! Und der läuft! Es springt ein Brot! Das ist gut! Aua! Na! Okay, äh, nachdem wir uns jetzt ca. eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt haben, bin ich für eine Fass-Fass-Schläge-Bier-Grüns-Norn-Kack-Mini-Spieldeck. Nee, ich bin doch nicht wieder da, ich mach weg die Tür nochmal auf für alle, die gestochen werden. Ja, also, wir liegen hier auf dieser Anhöhe, du kannst uns da einfach alle resten. Ja, ich bin gleich da, ich gleich schon oben ein halb zu machen. Wie heißt auch mal dieses Norden? Fass-Fass-Fass-Fass-Fass-Fass-Keilerei. Fass-Keilerei, genau. Darauf hab ich gleich richtig... Oh, ich bin grad da. Klingt grad so, oder? Danke schön. Ich bin halt S-Level, das ist noch ein bisschen... Wenn mich jemand nutzt da, willst du mich retten? Und die anderen auch, bitte? Ich würde mich hier alle tun rum. Einladungen sind raus, ihr könnt jetzt hier Overflow beitreten. Du wirst mich gern weiter, als wenn du warst. Äh, irgendwie... Ich fing das gerade. Hier kommen jetzt... Ach, ich freu mich auf den 8.8. Freut ihr euch auch schon auf den 8.8? Was ist denn da? Tja! You are not prepared, würde Venian sagen! Hoost! 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 Ja, doch grad'n Post. Hey, Stevino, würden sagen... Liebe Community... MOTHERFUCKERS! Mal 8 und schon... Ey, Judah, was muss ich noch um zu dir sagen? Recht, erkennt man nur so euch einhalten. Chris! Fress uns, Chris! 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 Fress uns alle! Da endlich um es noch kein Tori! Sie alle hier liegen! Ich hab' aber gestern so... Ich find' das so gut! Ich find' das so gut! 15 Leute vom Overflow kam nach dem Server nach Start und dann auf alle getroffen sind! So, da was ist das für eine Wege von hier? Äh, lasst mich nachgucken... Morgan's Windung! Das ist da, wo du... Joppy Pausel darf! Buti, wann willst du mit TVP anfangen? Jetzt gleich! Ja, du musst... Ja, du musst... Ja, du musst... Ja, du musst dann noch für so eine Viertelstunde auf K... Ja, dann würde ich sagen... Äh... Du bist doch Mini-Spiel! Ja, ich weiß! Ja, danach nach dem Mini-Spiel! Ich weiß nicht, wie lange das dauert! Wenn du die Mini-Spiele mitmachen willst, solltest du jetzt nicht gehen! Wenn doch, solltest du jetzt gleich abkauen und... Dann kann man da einfach runterladen! Nee, ganz schön! Je nachdem jetzt, wie lange die Mini-Spiele natürlich dauern! Ich weiß nicht, wie viel Spaß das macht und wie lange das motiviert und so weiter! Dann bin ich hier trotzdem mal klar zur Sicherheit! Naja, die war so... Falls doch wer runterfällt, rätst du ja, das ist doch nett von dir! Oh, mit zu vielen ist das von verwirrend! Uuuuuh! Ich dachte gerade, ich wär' ein anderer! Wo lest du jetzt denn? Ja, ich wär' ein Router gefallen, aber was überlegt mal! Hä? Ich hüpfe als hier! Wo seid ihr denn? Ja, wir sind gerade wieder am hochhüpfen! Zu viel! Ja, dann geh' ich mal wieder die Tür öffnen! Na, es leben alle! Hüpf du lieber und schaff' den Sprung für uns! Und sag' mir, was uns am Ende erwartet! Der Thomas geht ins Silvari-Gebiet! Was erwartet uns denn dahinter, hinter dem Einsprung? Ich könnte sagen, aber... Verrat's nicht! Äh, ich dachte Thomas war da noch nie! Aber ich weiß es trotzdem! Aber ich verrat's nicht! Markus, verrat's mal! Ich schaff' den Sprung nicht! Find's einfach zu! Nein! Das ist so einfach nicht! Ich will doch die Überraschung nicht verdienen! Ich wette, da kommt nichts! Und dafür mach' ich mir hier den Stress und stream' das Ganze! Was eh... Krieg's ein Wetter! Du seid ja in Kärle tot und nicht alleine! Ja, weil ich... Das hat er angekündigt! NOOOOOO! Kann nicht Blubster auf dem Film, der Kamel da so umgezeichnet! Ne, Blubster ist ATK gerade, ja! Aber er meinte, er kommt zwischendurch immer mal wieder und... Ne, ich werde gleich wieder stimmten! Er sagt, er kommt immer mal wieder vorbei, schau rein! Ich tu nur... Ne, neben dir. Ne, ich produzi! Da sind noch vier andere! Ja, ich hab' auch hier vier andere. Ich hab' auch keine Lust mehr. Ich bin dafür, wir gehen jetzt rüber und machen das andere Ja! Und machen das Ding ins! S'wenn dabei! Fass' keine Reihe! Über die Spirale musst du laufen! Ja, den Baum wohnt! Genau in der Mitte! das Problem ist nur, wir hauen jetzt gerade alle wieder ab nein, noch nicht alle warum wollte ich nicht, ich hab jetzt weil ich noch einmal runterfallen ich hab total Bock auf fast keine Reihe ich hab's genauso weit geschafft wie alle anderen Machen sind von Markus nur Markus war weiter als ich bin da hochgegangen Markus war dabei, wie ich da hochgegangen bin mit ihm wer ist mein Zeuge? Stimmt's? Niemand ist dein Zeuge Bist du hin, Markus? Ich hab dich doch gerade geröst Der ist schon wieder oben gleich Max lag doch gerade hier und aber jetzt ist er verschwunden Da hast du wahrscheinlich geröst Jetzt bin ich erstmal bei der Schale angekommen Aber Markus, Markus, du bist mein Zeuge Ich hab's einsteigter hochgeschafft Wurde nicht mit einem Messbarportal hochgecheatet Doch Könnt's ja auch so machen Ich mach' die Tür auf, dann können alle die gerade gleich gewallen Das ist ja langweilig Das ist ja langweilig Ich hab' aber nämlich gleich zum Minispiel Du wolltest doch zum Minispiel Ja und? Ich Mir werden diese Tore nicht eröffnet, ja? Aber warum sind die anderen? Ja, weil du, äh, stresst Oh, fuck Wo ist denn diese Faskeilerei? Weiß das jemand? Schon? Ich dachte, du, Frau Breite, du bist doch für Events zuständig Ich entertain euch schon Wahrscheinlich hinten auf der großen Eisschläge Holbrack? Okay, ich geh schon mal in Holbrack gucken Was hat denn ich jetzt schon getrunken? Äh, die Pflanze, die neben dir steht, die macht extrem viel Dock-Charge Das ist nicht mehr Liebe Neben mir? Bin ich auch schon wieder der Einzige, der hier unten kämpft, hab ich das Gefühl? Ja, weil ich bin unten und tot Du bist der Einzige, der noch unten kämpft Was geht zu Ende mit mir? Oh, was? Ich könnte zur Tür stehen und sie euch schon eröffnen, damit ihr alle spawnen könnt Ich bin schon in Löwenstein und gleich in Holbrack Was macht ihr jetzt? Die Faskeilerei der Norden